Hallo und herzlich willkommen zum Rebell-AT-Gaming-Podcast. Wir sprechen heute über Ring of Elysium, einen Action-Shooter von Tencent Games. Wir, das sind heute wieder alle vier, die vier Musketiere sind wieder vereint. Der Konrad, hallo Konrad. Guten Tag. Und ich, der Tom, wir haben es dem Sigi, hallo Sigi. Hallo. Und dem Georg, hallo Georg. Wir haben es ihnen verziehen, dass sie uns dieses seltsame Plug and Play geschenkt haben. Ich habe es ja eigentlich irgendwie weirdly unterhaltsam gefunden. Ja, und haben das verkraftet und jetzt reden wir auch wieder miteinander. Eben über Ring of Elysium. Leute, wer von euch erklärt mir jetzt, was Ring of Elysium ist? Oder unseren Hörern besser gesagt. Ich mache das mal, weil es wird ja gemunkelt, dass ich irgendwie der größte Fan bin von dem Spiel. Absolut. Es ist im Kern ein Battle-Royale-Shooter, den man in Third-Person- oder Ego-Perspektive spielen kann, der ein paar Dinge anders macht als PUBG. Cool, cool. Das Erste, was er anders macht, ist, er ist kostenlos. Er ist free-to-play. Ja, genau. Free-to-play und das, momentan muss man sich dazu sagen, in Early Access. Was auch immer das bei Free-to-play-Titeln eigentlich wirklich heißt, es ist mehr oder weniger ein noch nicht fertiger Shooter, den man schon spielen kann, der aber nichts kostet und nie was kosten wird. So in der Richtung. Und darum kriegt man ihn jetzt billiger vor Veröffentlichung, obwohl er eh schon nichts kostet. Genau. Er kriegt ein paar In-Game-Items, die man sich sonst irgendwie teurer kaufen kann, hat günstiger nachgeschmissen. Hervorragend. Ja. Also Early Access bei so Free-to-play-Titeln bedeutet ganz oft, dass sie das Bezahlmodell ausklamüsern. Habe ich mal gelesen, also dass quasi diese Free-to-play-Phase dafür großteils genutzt wird, um eben auszuloten, wie können wir den Spielern Monetas aus El Poker-Hontas-Taschen rausziehen. Stark, stark. Das ist ungefähr das, was bei EA für 50 Prozent der Arbeitsplätze sorgt. Oder sehe ich, das ist falsch? Naja, EA ist heute nicht das Thema. Heute geht es um Tencent. Ja, sprechen wir über Tencent. Tencent ist übrigens, falls es jemand noch nicht weiß, der Mutterkonzern von Bluehole, also dem PUBG-Macher und hält auch sehr viele Anteile an Epic Games, die Fortnite gemacht haben. Also effektiv hat Tencent jetzt quasi drei große Battle Royale-Franchises, die in irgendeiner Form wahrscheinlich konkurrieren oder Geld abwerfen oder wie auch immer. Auf jeden Fall scheint es ein lukratives Geschäft sein für Tencent. Ja, kann man sich von den Spielerzahlen aller dieser Spieler her schon so denken, dass das hinhaut. Ja, der Georg hat es schon kurz angesprochen. Das Spiel macht einige Dinge anders als die Spiele, die wir jetzt so kennen. Für uns persönlich ist das vor allem PUBG. Wir haben zwar auch Fortnite gespielt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch diesen Podcast oder auch den zu PUBG noch anhören. Wir sollten übrigens mal einen neuen zu PUBG machen, nachdem sich da so viel geändert hat. Gerne. Ja, vielleicht wenn die neue Map rauskommt. Die ist jetzt auf den Testservern. Jedenfalls ist das Spiel macht einiges anders. Und das Erste, was es anders macht, ist, wenn man ins Spiel einsteigt, kann man sich aussuchen, wo man startet. Also man hupft nicht aus irgendeinem Flugzeug oder Hubschrauber oder Bus, schwebenden Bus aus der Map und landet dann irgendwo, sondern man sucht sich wirklich in einer so einminütigen Sequenz aus, wo man startet und sieht auch, wo alle anderen Menschen starten. Wie hat euch das so gefallen? Es ist eine gute Idee prinzipiell, aber ich denke nicht, dass es langfristig funktioniert, weil die Geschichte, dass man sieht, wo die anderen Spawnern dazu führt, dass man eigentlich immer dahin geht, wo gerade wenig ist. Und wenn auf einer Stelle jemand spawnt, dann ist das in so ungefähr 100x100 Meter große Quadrate unterteilt. Und wenn jetzt jemand will, dass man dort weg geht, dann verteilt sich einfach das ganze Team auf vier Quadrate in einem Vierspielersquad. Dann schaut es viel aus und dann gehen die anderen weg. Also im Endeffekt, das ist einfach so ein Verdrängungswettbewerb, bis eigentlich alles irgendwie gleichmäßig über die Karte verteilt ist. Und das macht die Begegnung ein bisschen dünn, kommt mir vor. Wobei man sagen muss, dass man ja eben zur Erklärung auch als Team quasi gemeinsam auf einem Spot spawnen kann oder verteilt auf zwei Spots. Also solange man im gleichen Team ist, kann man auch einen Spot mehrfach belegen. Ich finde das anführlich mal einen netten Twist, dass es nicht so ist wie bei jedem anderen Battle-Royale-Spiel im Prinzip, dass du aus irgendeinem Flugzeug oder sonstigem Luftvehikel runterhüpfst. Ja, ich glaube, wie das mit so einem Verdrängungswettbewerb und so ist, hängt ein bisschen davon ab, wie man spielt. Es gibt ja durchaus Teams, die sind am Anfang nicht so vorsichtig und wollen zuerst ungestellten looten können, sondern die haben auch kein Problem damit, die erst bessere Waffe zu nehmen und irgendwo hinzulaufen und Leute umzunieten. Von daher sehe ich jetzt kein Problem damit, dass das auf Dauer auch funktioniert. Ich muss sagen, was du jetzt gesagt hast, also diese Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, die haben sich immer verdammt gut auf der Map verteilt. Also ich glaube, wir hatten einmal ein Team in derselben Stadt und sonst waren die echt alle immer irgendwo, alles ist gut verteilt. Es gibt auch, wie du sagst, du kannst zwar alles auf einen Fleck setzen, alle vier Spieler, aber es ergibt nicht wirklich viel Sinn, weil das bedeutet nur, dass du denselben Häusern startest und dieselben Häuser looten willst. Was man da nicht vergessen darf, es gibt im Gegensatz zu PUBG nur 60 Spieler pro Runde. Die Map ist ein bisschen kleiner als Erangel, aber mit nur 60 Spielern kann man die Karte sehr gut füllen und es besteht überhaupt nicht die Notwendigkeit, dass mehrere Teams am selben Startpunkt starten. Und das macht das Ganze eben ein bisschen uninteressant. Wenn eine Überpopulation da wäre, dann würde es da ein bisschen mehr Action am Anfang geben, aber durch das System und durch die begrenzte Spielerzahl habe ich jetzt so das Gefühl, dass man im Endeffekt am Anfang nur mit viel Pech auf jemanden stößt und eigentlich nicht absichtlich. Dazu kommt dann der zweite Teil, der ja auch anders gemacht wird als das Spiel, als es bei PUBG zum Beispiel ist. Man beginnt ja nicht völlig nackt. Also man beginnt tatsächlich mit einer Waffe, erstens einmal mit einem Fortbewegungsmittel, darüber vielleicht ein bisschen später, aber eben auch, man hat schon am Beginn eine Waffe. Ja, finde ich genauso wie die Tatsache, dass du dir auswählen kannst, wo du hin willst und siehst, wo die anderen landen, relativ boring. Also klar, du hast natürlich irgendwie so eine rudimentäre Pistole oder eine Shotgun, je nachdem welches Ausrüstungskit du wählst. Aber ganz ehrlich, von Anfang an eine Waffe zu haben, hat ja mit Battle Royale nichts zu tun. Man will ja bei Battle Royale auch so ein bisschen das Early Game interessant machen, weil wenn man ehrlich ist, wenn man auf so einer großen Map unterwegs ist, gerade bei PUBG, das ist ja auch einer der Kritikpunkte gewesen. Es passiert im Mid-Game nicht so wahnsinnig viel und wenn dann auch noch das Early Game ein beschauliches Item aufsammeln, aka Kaffeefahrt zur AK-47 wird, dann wird eigentlich nur das Ende interessant und man spielt also die ersten 20 Minuten mehr oder weniger so gemütlich vor sich hin. Und das, finde ich, raubt dem Spiel einen Großteil seiner Dynamik. Und deswegen, aus meiner Perspektive betrachtet, ist es ein Fehler, mit Waffen zu starten. Nicht unbedingt mit den anderen Items, die man mit dazu bekommt, aber mit einer Waffe zu starten, finde ich, ist echt ein Fehler. Ja, genauso wie es ein Fehler ist zu sehen, wo die anderen landen, weil, war ganz ehrlich, bei PUBG dieses Überraschungsmoment oder dieses Ausloten beim Landen, wo sind andere Mitspieler, von wo könnte Gefahr drohen, das hat für mich einen unheimlichen Reiz, weswegen ich gerne Battle Royale spiele. Und das ist ein Punkt, auf den Ring of Elysium halt komplett verzichtet und das macht es für mich gerade am Anfang deutlich uninteressanter. Es ist auch, was mir verloren geht, ist eigentlich ein bisschen das Chaos. Wenn man in PUBG, wo runter geht, ist es jetzt egal, wenn man in unbesiedelte Gebiete oder in kleinen, schlecht besiedelte Gebiete oder wo es halt wenig gibt, geht, dann ist man meistens allein. Das kann man schon steuern, aber auch da ist es nicht sicher. Und wenn du in lootreiche Gegenden runterspringst, dann hast du am Anfang Chaos. Das ist zwar manchmal ein bisschen unfair, weil wenn du zwei Häuser durchsuchst und du hast halt keine Waffe und der andere Typ halt schon, dann hast du halt Pech gehabt. Aber es ist trotzdem, also das sind die Momente, wo dir bei PUBG die Pumpe geht. Also wo du das Herz klopft, wo du gestresst bist und wo das eine intensive Spielerfahrung auch ist. Ja, und was halt auch vom Balancing her fair ist. Weil im Endeffekt ist es so, wenn der andere vor dir die Waffe findet, dann ist er meistens besser abgesprungen. Das ist ein großer Punkt. Oder aber er hatte Glück. Und selbst wenn er nur das Glück für sich verbuchen konnte, dann bist du nach drei Minuten halt aus dem Spiel raus, aber kannst sofort ins nächste Spiel reingehen. Also das finde ich nicht so, wie du schon sagtest, da ist halt wirklich der Reiz da drin, möglichst schnell was zu finden und möglichst schnell sich selber abzusichern oder sein Team abzusichern. Und das ist wirklich der Moment, deswegen gehen wir ja zum Beispiel hier bei Sunhawk immer schön im Bootcamp runter, weil es einfach Bock bringt, irgendwie fünf Minuten in einem Shootout zu verbringen und dann zu gucken, welches Team besser ist. Ich verstehe den Reiz vom Fallschirmspringen. Also da bin ich prinzipiell beim Ernie, dass das seine Vorteile hat, Schwung reinbringt. Die Startwaffe finde ich trotzdem ein gutes Ding, einfach weil es ein bisschen diesen Glücksfaktor eindämmt. Du kriegst ja keine übermächtige Waffe, du kriegst entweder eine Shotgun oder du kriegst eine Pistole. Und es gibt den Faktor immer noch, dass wenn tatsächlich jemand in der Nähe ist, dass der wo rein rennt, eine bessere Waffe findet und du durch zwei Häuser rennst und nichts Besseres findest als diese Shotgun oder so. Das gibt es immer noch, aber du kannst dich zumindest ein bisschen wehren. Also ich hatte das schon. Aber du hast natürlich den Vorteil, dass du einen gewissen Platz zwischen dir und den Gegnern hast. Ich muss kurz drüber reden, weil du sagst, das kann dir passieren. Natürlich theoretisch und in einzelnen Situationen wird es passieren, aber es ist auch der Loot. Es gibt extrem viel Loot in Ring of Elysium. Also das ist natürlich eine Balancing-Frage, da kann man sagen, das ist Teil der Early-Access-Problematik. Aber du gehst in jedes Haus rein und du hast zwei Waffen, eine Shotgun und eine automatische Waffe hast du da meistens, wenn du rauskommst. Da gebe ich dir recht, der Loot ist meistens zu viel. Wie gesagt, es ist mir trotzdem schon passiert, dass ich in zwei, drei Häusern war, ohne eine vernünftige Waffe zu finden. An dem kann man herumschrauben, aber prinzipiell finde ich es gut, dass man eine kleine Waffe zum Start hat. Das ist, wie gesagt, wenn jemand eine bessere Waffe findet, die irgendwas automatisches, dann musst du mit der Pistole schon gut sein, damit du das überlebst. Bei PUBG geht es mir halt extrem auf den Nerv, vor allem wenn es dann vielleicht noch in Verbindung mit so Bugs ist. Du gehst in das gleiche Haus, in die gleiche Halle wie ein Gegner, der bei dir gelandet ist. Du findest keine Waffe und der kommt, keine Ahnung, drei Sekunden später an die gleichen Stellen, an der du gerade warst und auf einmal ist diese Waffe da, weil einfach der Netcode die Waffe später spawnt und das wird dann ein bisschen ausgeglichen. Das ist definitiv kein Vorteil von PUBG und ich glaube, wir werden vielleicht später noch ein bisschen drauf kommen. Performanter und technisch sauberer ist Renocallusium sicher. Sigi, du wolltest schon ein paar Mal was sagen. Ja, technisch sauberer Performanter, also gehen wir mal kurz auf diese Spawn-Problematik ein, die ihr vorher angesprochen habt. Natürlich ist es augenscheinlich interessant, wenn ich am Anfang eine Waffe habe, weil ich das Problem vermeide, dass PUBG da hat, dass es einfach technische Schwierigkeiten hat, aber wenn man das Ganze jetzt rein neutral betrachtet, ja, das ist so wie der Conrad, wenn das Spiel richtig funktioniert und ich nicht in ein Haus laufe und wieder rauslaufe und dann läuft der andere rein und finde im selben Haus eine Waffe, die ich einfach nicht gesehen habe, dann finde ich das System, das PUBG macht, deutlich besser, weil du einfach wirklich, wie du gesagt hast, den Stress hast und die Notwendigkeit, da ein bisschen Adrenalin im Blutkreislauf zu bringen und nicht sicher bist und nicht in ein Haus reingehst und dann mit drei automatischen Waffen rausrennst. Das nimmt irgendwie der ganzen Early-Phase von Ring of Elysium komplett den Sinn, weil du fünf Minuten ungefähr herumlaufst, bist voll ausgestattet, hast drei Scopes und 20 Attachments und drei automatische Waffen und dann gehst du irgendwo hin, nur dass du von irgendwem ins Kreuz geschossen wirst. Und wenn du beim Absprung in PUBG siehst, wo die anderen runtergehen und dann während dem Runterspringen entscheiden musst, geh da wirklich runter, drehe ab, such mal einen anderen Spot, kommst du dann quasi ein bisschen weiter in diesen kompetitiven Teil rein gleich am Anfang und hältst es dann über das Spiel. Das heißt, wenn das Midgame dann ebenfalls ein bisschen ausgelasteter ist, dann ist es interessanter durchweg und du hast genug Adrenalin für den Schluss, dass du am Schluss eben dann jetzt quasi versagst. Aber jetzt eben nur mal zum technischen Aspekt zurückzukommen, Ring of Elysium ist technisch teilweise besser. Grafisch, die Häuser schauen aus, wie wenn sie irgendwer in der Quake 1 Engine zusammengeschustert hätte und der Hintergrund, die Szenerie, die Landschaft, die schaut eigentlich ziemlich gut aus. Bei PUBG ist es ein durchschnittlicherer Mix, das heißt, da ist alles im ähnlichen Stil. Bei der Sichtweite sieht man eben, wenn Sachen nicht gerendert werden, dass es dämlich ausschaut. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich denke mir jedes Mal, wenn du zwischenswitschst, das macht PUBG besser, das andere macht Ring of Elysium besser. Und klaren Favoriten habe ich da jetzt nicht, aber unterm Strich rein technisch läuft Ring of Elysium besser und stabiler. Ich finde halt, rein künstlerisch betrachtet, ist die Spielwelt von Ring of Elysium ein Schuss ins Knie. Also es passt halt wenig zusammen, also auch von den Proportionen. Ich finde, die Itemgröße ist schwierig, also das Loot ist antiproportional, zur restlichen Spielwelt ist es zu groß. Ich finde, die Häuser von innen sehen, wie du schon sagtest, die sehen halt einfach aus, als ob jemand irgendwie ein N64-Game mit einem HD-Texturpack versehen hätte. Also es ist geometrisch uninteressant, die sehen alle gleich aus, man verläuft sich drin. Also so ein bisschen das, was man PUBG auch manchmal vorwerfen kann. Aber insgesamt finde ich halt die Spielwelt komplett Banane. Also es ist so ein Skiresort, wo so ein Sturm auftritt, der die Spielwelt immer weiter einschränkt. Es gibt überall Zip-Lines. Es gibt überall, also es ist irgendwie, die Häuser sehen überall mehr oder weniger gleich aus. Es gibt jetzt nicht irgendwie so architektonische Landmarks. Mal von so ein, zwei kleinen Besonderheiten abgesehen, ist es halt relativ uniform alles. Ich finde auch, da ist irgendwie keine Liebe zum Detail drin zu erkennen. Also die Häuser sind nicht nett ausstaffiert. Die Bäume, man sieht halt, das ist Speedtree, das ist halt irgendwie schnell zusammengeklatschter Rotz. Insgesamt, finde ich, sieht es aus wie ein hochskaliertes Handyspiel. Und das ist halt so was, was mich am meisten an dem Spiel abtürnt. Also dass es einfach überhaupt keine konsistente Spielwelt hat, überhaupt keinen erkennbaren Artstyle, der durchgezogen wird. Also so, als ob sich ein 14-Jähriger eine Spielwelt ausgedacht hätte und nebenbei eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt gewesen wäre, ist, keine Ahnung, in Counter-Strike seinen Skill zu verbessern. Diese seltsamen, also das, wo ich das erste Mal durchgefahren bin, war ich mir nicht sicher, ob es ein Grafik-Bug ist oder absichtlich, dass diese Eiskulpturen überall in der Welt herumstehen, dass du plötzlich mitten in der, ja, Wildnis ist ein bisschen zu viel gesagt, mitten durch den Wald fährst und dann steht dort eine Eiskulptur von einem Hirsch. Das ist so, also das ist, glaube ich, das, was du auch meinst. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass diese Figur da plötzlich steht. Da hat irgendwer sich einen Gag überlegt und ich glaube, das ist ein lustiges Level-Design. Das ist mir auch so passiert. Also ich bin durch den Wald gefahren und habe an transparenten Bären gesehen und habe mir gedacht, wieso ist da ein transparenter Bär? Wird ja nicht richtig gerendert, bis ich dann draufgekommen bin, dass das eben eine Eiskulptur sein soll. Aber die Frage ist, ob das nicht irgendwie chinesischer Stil ist. Also die versuchen, ein Spiel zu machen, das ein Szenario Wintersport-Resort in Europa hat und das Ganze irgendwie ein bisschen überzogen darzustellen. Das Szenario, wie der Konrad schon erklärt hat, das ist im Prinzip ein Battle-Royal-Szenario. Du hast eine Zone, die immer kleiner wird und die Prämisse ist hier halt, du bist in einem Wintersport-Resort, wo Skisport-Veranstaltungen sind und du jetzt Skifahren kannst und was auch immer. Und es zieht ein Sturm auf und der Sturm senkt die Temperaturen auf minus 30 Grad oder so in die Richtung und ist tödlich. Und dort, wo der Sturm ist, musst du weg in eine Nicht-Sturm-Zone. Ganz am Schluss kommt ein Hubschrauber, der rettet bis zu vier Spieler. Und diese vier Spieler müssen nicht vom selben Team sein, das ist auch ganz interessant. Das heißt, es gewinnt nicht ein Team oder ein Spieler, sondern es können da theoretisch auch verschiedene Reihen, wenn sie das überleben. Und diese Urlauber, die dort sind oder die Gäste von diesen Sportveranstaltungen, was auch immer, bekämpfen sich mit Waffen, um einen Platz im Rettungshubschrauber zu ergattern. Also das Ganze ist einfach absurd und die Frage ist, ob das absurd dämlich ist, weil sich niemand was dabei gedacht hat oder ob das Absicht ist, dass das Szenario absurd ist, aber es ist nicht so schrill und überzogen wie zum Beispiel Fortnite und es ist einfach nur schlecht gemacht. Zur Grafik würde ich mich gerne einklicken. Also was die Häuser angeht, ja, die finde ich auch nicht besonders schön. Die Innenräume sind wirklich, wirklich langweilig. Bei der restlichen Welt ist es so ein bisschen gemischt. Also ich muss sagen, die Landschaft an sich mit den Bergen und den Bäumen und ganz ehrlich, Speedtree wird es wahrscheinlich auch bei PUBG geben. Ich glaube nicht, dass die jeden Baum Hand gemacht haben. Die Landschaft finde ich eigentlich sehr schön. Also die Berge und so weiter auch, dass man überall wirklich hin kann. Das haben sie schon ganz, ganz gut gemacht. Es gibt auch mehr Landmarks, als der Konrad behauptet. Es sind nicht alle davon, es ist sehr gelungen, aber es gibt durchaus ein paar Sehenswürdigkeiten. Ansonsten, ja, also wie gesagt, die Außenansichten und im Endeffekt sieht man dann wahrscheinlich noch mehr von der Landschaft, als von Gebäuden, ist PUBG deutlich überlegend. Die Häuser sind eben hässlich. Bei den restlichen Twists, ja, diese Skulpturen sind auch irgendwie, ja, die stehen da halt. Ich weiß nicht, was sie da sollen. Sie wirken wirklich deplatziert. Es ist alles ein bisschen Stückwerk. Ich finde es nicht so drastisch, aber da könnten es vielleicht wirklich unter Konkurrenz ein wenig arbeiten. Ich finde es halt cheesy. Also es ist halt so ein bisschen wie auch damals beim ersten Resident Evil oder allgemein bei japanischen Entwicklern oder asiatischen Entwicklern, wenn die sich irgendwie eine europäische Spielwelt vorstellen oder eine westliche Spielwelt vorstellen. Das geht meistens in die Hose, weil sie einfach das Charakterdesign können sie nicht. Sie haben nicht so das Gefühl dafür, wie Europa oder wie große Teile Amerikas aussehen. Also es ist insgesamt echt schwierig, weil sie nicht in derselben Erfahrungswelt leben wie wir. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sagen muss, ey, wenn ihr das nicht könnt, warum macht ihr das dann, ja? Also es ist ja auch, es ist ja umgekehrt genau dasselbe. Also wenn irgendwie, wenn du ein Westeuropäer Tokio nachmodellieren lässt, dann wirkt das auch mehr wie so ein Bondage-Lolita-Puff als ein realistisches Abbild von Tokio. Also dementsprechend... Du hast Tokio nachgebaut, in welchem Spiel? Egal, aber wenn du es machen würdest. Deswegen machen wir es ja nicht, weil wir es nicht können. Nein, ich bin schon klar, aber ich habe überlegt gerade, ich glaube wirklich, Tokio wäre eigentlich eine spannende Stadt, aber ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo du jemals... Nee, natürlich nicht, weil es halt einfach, glaube ich, auch verdammt schwer ist, weil Tokio halt so eine facettenreiche Stadt ist. Aber egal, um es auf den Punkt zu bringen, es ist halt, es holt mich nicht ab, ja? Und es zieht mich nicht in seinen Bann. Also die Spielwelt funktioniert für mich nicht. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, hey, fair enough, ihr könnt es halt nicht, aber warum macht ihr dann nicht das, was ihr könntet? Warum spielt Ring of Elysium nicht einfach in einem richtig coolen Japan-Setting oder in einem richtig coolen China-Setting oder Korea-Setting oder whatever? Ja, warum muss es denn so eine, ja, in der heutigen Zeit angelegte Schein-West-Realität sein? Nur weil man glaubt, dass man damit mehr Spieler erreicht? Fragezeichen. Also macht für mich relativ wenig Sinn. Ja, ich würde es auch spielen, wenn es halt in der Asia-Welt wäre, wahrscheinlich, weil es dann sogar noch besser funktionieren würde, weil man da, naja, einfach geiler abgehen könnte. Ja, wobei das ist vielleicht eine Marktausrichtungsgeschichte. Wir wissen ja nicht, was Tencent damit bemüht. Vielleicht kommt es ja bei der chinesischen Zielgruppe gut an, wenn die glauben, sie sind in Europa. Es ist ja, wenn man jetzt im asiatischen Raum unterwegs ist, sind viele Leute von Europa begeistert. Deren Traum ist es, nach Europa zu gehen, Urlaub zu machen dort, besonders in Japan ist das sehr, sehr verbreitet. Die sparen oft Jahrzehnte, dass sie dann an Eurotrip machen können. Und wenn die das in einer Spielwelt erleben können, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Man sieht das auch an Filmen. Wenn man jetzt so 80er Jahre, ja, Eastern eben anschaut, wo dann der Bösewicht meistens der große Blonde, 2,15 Meter Europäer mit der Stehfrisur ist, der dann ausschaut wie ein Charakter, der aus Streetfighter entsprungen ist. Wenn du das als Europäer siehst, dann weißt du, das ist nicht so. Das ist das absolute Klischee. Nur auf dem asiatischen Markt bezogen, vielleicht wollen die das Klischee bedienen, weil die Leute das einfach kaufen. Fair enough. Und wie der Conor schon sagt, es ist auch umgekehrt wahrscheinlich, der, keine Ahnung, koreanische Podcast, der sich mit PUBG, naja, PUBG ist ein schlechtes Beispiel, mit irgendwas beschäftigt, das halt in Korea dastehen. Die diskutieren das jetzt genau gleich wahrscheinlich. Und wir sind es als Westler halt nicht so gewohnt. Ja, genau. Wobei, außer da besteht ja die Regel, ich meine, Bluehole ist ein koreanisches Unternehmen, die machen PUBG. Ich meine, gut, Lead Design macht der Amerikaner, aber es geht prinzipiell schon, wenn man sich Mühe gibt. Aber ich denke auch, es ist wohl Zielgruppen-Ausrichtung und ich hoffe, dass sie ein bisschen an der Glaubwürdigkeit von der Welt noch arbeiten. Weil prinzipiell finde ich das Setting eigentlich ganz cool. Ja, es geht mehr ums Art-Design. Es ist wirklich, es hat gar nicht so viel mit, das sind Koreaner, die wissen nicht, wie Europa ausschaut. Ich finde einfach, die Welt macht so auf diese Weise keinen Spaß. Also, die interessiert mich so nicht so wahnsinnig. Ja, also, übrigens ein gutes Beispiel, wo es genau umgekehrt ist, ist mir gerade eingefallen, es ist auch Free-to-Play, es ist auch eine Art-Shooter, ist Warframe. Warframe hat so Anleihen in der japanischen Samurai-Mythologie, macht das, vermixt das Ganze mit so einem Space-Touch. Und das ist auch eine ganz optisch furchtbare Spielwelt, gemacht wie von einem achtjährigen Kind auf Ritalin, gefangen in einem Alkoholrausch. Also, es ist wirklich ein Spiel, was man spielt, weil es vom Flow her geil ist, aber nicht, weil die Spielwelt schön ist. Und ich finde, das ist auch ein valider Punkt, dass es vielleicht deswegen gerade so gemacht ist, weil Asiaten halt von Europa träumen. Aber ich bin Europäer und aus meiner Sicht, aus meiner westzentrischen Sicht, ist das halt einfach eine nichtstimmige Spielwelt. Punkt. Ja, du hast gerade angesprochen den Flow. Gehen wir ein bisschen mehr aufs Gameplay an sich ein. Wir sind jetzt durch mit dem Start, wir sind jetzt durch damit, dass man eine Waffe hat und dass die Spielwelt noch nicht so wirklich das ist, was man sich vorstellt. Über das Spiel selbst haben wir noch nicht so viel gesagt. Nämlich einerseits, wie man herumkommt, das hat auch mit den Loadouts zu tun, aber auch die Shootouts und so weiter. Und ich muss ja sagen, die sind für mich, also da hat das Spiel wirklich den Touch eines hochgeschraubten Handygames. Es sind nicht wahnsinnig spannend, die Shootouts. Und das ist vielleicht eines der größten Probleme auch, dass du da diese, dass du in Gefechte kommst und egal welche Waffe du hast, du kannst die in jeder Situation gewinnen. Also du mit dem Scharfschützengewehr auf kurze Distanz und mit der SMG auf 500 Meter ist auch kein Problem. Also die funktionieren für mich alle nicht. So drastisch würde ich es nicht beurteilen, aber es ist schon recht archatisch, das stimmt. Es ist wahrscheinlich näher an Fortnite als an PUBG, aber es ist nicht so, als würde es gar keinen Unterschied machen, ob du da jetzt ein SMG- oder ein Scharfschützengewehr verwendest. Doch, doch, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also wenn man auf das, was der Tom anspricht, nur kurz ein bisschen davor greift, die Shootouts selbst, die finde ich ebenfalls weniger spannend. Was ich aber spannend finde, der Artstyle, auch wenn er jetzt nicht gefällt, und die Entities gehen nahtlos ineinander über. Du siehst kleine Spielfiguren, Items, Gebäude oder was auch immer aus der Landschaft herausstechen. Wenn du bei PUBG über drei Kilometer weg in die Ferne blickst, dann siehst du, wenn da wer läuft, sofort. In Ring of Elysium siehst du das nicht. Der kann zehn Meter vor dir in einem Busch stehen und du siehst ihn nicht. Der Farbgradient passt uns. Die Beleuchtung, der Schattenwurf, das stimmt alles zusammen. Nur sobald du den Gegner dann gesehen hast, wird es absolut unspannend. Du sprayst einfach nur rein mit der nächstbesten Waffe und der den Gegner ein, zweimal besser trifft, hat gewonnen. Ob du da Sniper hast oder Submachine Gun, macht insofern einen Unterschied, dass die Leute selbst mit einem Kopfschuss, mit einer Sniper normalerweise nicht tot sind. Und wenn du dann mit einer Bolt-Action-Waffe 20 Sekunden brauchst, bis zwei, dreimal geschossen hast, dann ist ein SMG, wo du einfach drei, vier Magazine rein spammst und irgendwas trifft, einfach die effektivere Lösung. Ja, willkommen in der Waffenporno-Welt. Nee, davon abgesehen, es ist wirklich natürlich deutlich vereinfachtes Gunplay. Also meine Erfahrungen sind auch relativ niederschmetternd. Also wenn du bei PUBG eine gute Sniper mit einem 8-fach-Scope hast, dann bist du schon der King im Ring, wenn du damit weißt, umzugehen. Das kannst du bei Ring of Elysium dem mehr oder weniger stecken. Also beziehungsweise ist es so, das 8-fach-Scope ist immer noch hilfreich, aber die Waffe, auf die du es pappst, ist relativ beliebig. Was ich allerdings dem Spiel zugutehalten muss, ist, dass das ganze Inventarmanagement deutlich komfortabler ist. Also bei PUBG ist es ja so, wenn man, keine Ahnung, Verbesserungen für seine Waffe findet, größeres Magazin, For-Grip, irgendwas in der Richtung, dann muss man das immer manuell sich draufpappen. Das geschieht bei Ring of Elysium automatisch. Das hat so manchmal auch so ein bisschen seine Tücken, weil manchmal nicht das Item an der Waffe ist, was man gerne hätte, aber gut, da muss man das kurz umfrieben. Aber prinzipiell ist es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein erweitertes Magazin bekommt für seine Vektor, was sehr wichtig ist, weil die Vektor unerweitertes Magazin relativ nutzlos ist, dann wird auch automatisch nachgeladen, sodass die Kugeln auch gleichzeitig im erweiterten Magazin sind und man mehr Schuss hat. Das sind so Komfort-Features, die würden PUBG meiner Meinung nach auch ganz gut zu Gesicht stehen. Und automatische Waffen sind auch automatisch auf automatisch gestellt, nur um das Wort dreimal zu wiederholen. Ja, vielen Dank. Das sind so die Dinge, die als ich dann wieder zu PUBG zurückgewechselt bin, was man nach diesem Spiel unweigerlich tun muss, vermisst habe. Also das und den Hanging-Glider, also den Paraglider, den man da hat. Das ist eben ein Teil des Loadouts. Man kann sich das jetzt vielleicht auch noch kurz erklären. Zu Beginn aussuchen, ob man mit einem Snowboard durch die Gegend fährt, mit einem Paraglider oder eben mit einem Grappling-Hook, wo man dann auf so verschiedenen Seilbahnen hin- und herclaschen kann. Und mir ist der Grappling-Hook zu blöd und mir ist das Snowboard zu blöd, aber den Paraglider, den finde ich cool. Und der geht mir auch in PUBG dann ab. Also da habe ich hinten nach zwischendurch schon das Bedürfnis, jetzt irgendwo runterzugleiten und das geht dann dort halt nicht. Wobei die Dinge sind sehr, sehr... Das passt nicht ganz mit dem realistischen Anspruch von PUBG zusammen. Welchen realistischen Anspruch? Ja, aber diese Loadouts, die du jetzt angesprochen hast, die sind leider sehr, sehr imbalanced. Es ist so, dass die Karte einen Gradienten hat. Die ist jetzt im Osten eher flach. Da ist es dann tatsächlich sinnvoller, wenn man mit dem Grappling-Hook auf diesen Seilrutschen herumfährt. Und im Westen ist es so, dass die Karte sehr gebirgig ist. Da ist man mit dem Paraglider natürlich besser dran. In der Mitte drinnen, Snowboard, ist eigentlich überall gut. Was daran allerdings dämlich gelöst ist, du kannst mit dem Paraglider unrealistischerweise horizontal in alle Ewigkeit fliegen. Du kannst sogar höher landen, als du gestartet bist, wenn du von einem Hausdach auf das nächste fliegst. Hast du noch nie von Thermik gehört? Ja, das ist mir schon klar. Nur es ist im Endeffekt einfach nur keine Taste drücken und du fliegst einfach ewig weit gerade dahin. Das ist völlig egal. Beim Snowboard ist es so, dass das Snowboard zwar laut in-game Hilfebeschreibung auf glatten Untergründen, wie zum Beispiel Schnee funktioniert. Danke für den Hinweis, dass Snowboards auf Schnee funktionieren. Aber du kannst das Ding tatsächlich überall hernehmen. Du kannst mit auf der Straße fahren, du kannst in Häusern am Parkettboden und am Teppich fahren, du kannst die Treppe runterfahren, du kannst egal wo in der Turnhalle fahren, über die Tribüne. Ich habe viele Spieler gesehen, die einfach nur mit dem Snowboard sich fortbewegen, weil du dort tatsächlich schneller bist. Du denkst eigentlich nicht dran, dass du das tun solltest, nur wenn du dich daran gewöhnst, ist das Snowboard in den meisten Fällen besser geeignet als der Paraglider, wenn du tatsächlich extrem schnell weiterkommst damit. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, gerade in diesen Transition Periods. Bei Royals gibt es ja normalerweise einen Kreis, der sich rund um dich eher enger zieht und der dann eben das Zentrum nach und nach verändert. Das ist ja hier ein bisschen anders. Da gibt es so Zonen, die nach und nach unbewohnbar werden und dann halt zufällig irgendeine andere nicht, aber keinen Kreis in dem Sinn. Aber wenn du da relativ weit musst, da ist der Paraglider halt schon super praktisch, weil wenn du vom Berg runterhupfst, kannst du wirklich fast über die gesamte Map fliegen. Und das hat da natürlich anderen voraus. Aber sonst so oder so, mir geht es jetzt gar nicht so darum, ob der jetzt besser oder schlechter. Ja, das Balancing wird wahrscheinlich ein Thema sein, weil es halt sehr unterschiedliche Fortbewegungsmittel sind. Aber ich finde das Snowboard auch verdammt uninteressant und ich finde auch den Grappling-Hook sehr uninteressant und noch dazu so viel zu limitiert. Also mit dem Grappling-Hook musst du halt an vorgefertigten Bahnen entlang schweben und wenn dann gegenüber einer wartet nach der 25-sekündigen Reise und dich runterpatzt, du kannst eigentlich nicht wirklich was tun dagegen. Da muss man allerdings sagen, der wird nachgepatcht oder ist schon nachgepatcht worden, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Du wirst zukünftig mit SMGs von diesem Grappling-Hook aus auch schießen können, damit du nicht komplett wehrlos bist. Und auch das Kletter-Equipment wird verbessert. Ich glaube, da kann man jetzt schneller klettern und man kann auch abwärts gleiten an so Fels hängen, auf denen das geht. Also das Balancing, das darf man jetzt nicht außer Acht lassen, was wir jetzt nicht erwähnt haben. Wenn du den Gleiter nimmst, dann kannst du weniger anderes Equipment mittragen. Es gibt keine Rucksäcke wie in PUBG. Du hast einfach, je nachdem, welches Pack du nimmst, wenn du einen Gleiter hast, wenig Kapazität oder wenn du den Grappling-Hook als krasses Gegenteil nimmst, der am nutzlosesten für die Fortbewegung ist, aber dafür mehr Equipment mitnehmen. Das heißt, du kannst deutlich mehr Medikits mitschleppen, du kannst mehr Munition mitschleppen und das ist natürlich schon eine Abwägungssache, was man da nimmt. Das heißt, das ist nicht nur einfach so besser. Aber es geht da nicht aus. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das wirklich einen praktischen Unterschied macht, weil du hast eigentlich immer genug Platz, um so viel Zeug mitzunehmen, dass es für ein Spiel reicht. Also, da müssen wir uns vielleicht auch noch nachkorrigieren, dass du deutlich mehr Nachteile hast bezüglich des Platzes, wenn du den Gleiter nimmst oder so. Im Moment ist es völlig wurscht eigentlich. Ja, was da erschwerend dazu kommt, es ist so, dass man drei Waffenslots hat für Schusswaffen wie in PUBG, aber in alle drei Slots zum Beispiel Sturmgewehre geben kann oder Submaschinen, Gans oder Ähnliches. Das heißt, du kannst eigentlich drei Magazine komplett leer schießen, ohne auch nur irgendwann mal nachladen zu müssen. Also dann durch diese Geschichte hast du schon einen deutlichen Munitionsvorteil. Das ist schon richtig. Alles zusammen, glaube ich, haben wir jetzt den Eindruck vermittelt, dass das Spiel noch nicht so weit ist. Ob es das jemals wird, keine Ahnung. Es hat gewisses Potenzial und man sieht, wie man mit relativ einfachen Mitteln mehr rausholen könnte, was man einem Early Access Game ja irgendwie doch zugestehen muss. Aber wir kommen jetzt noch mal zum grundlegenden Spielprinzip. Und da haben wir schon gesagt, der Start, das mit den Slots auswählen, ist für drei von vier von uns mehr ins Schuss hinten den Ofen. Wie schaut es beim Ende für euch aus? Also der Schluss des Spiels bedeutet ja, ist ja nicht, dass ein Team überbleibt und gewinnt, sondern irgendwann im letzten Quadranten kommt, dann eben ein Hubschrauber und in den müssen vier Leute rein, wurscht aus welchen Teams. Ist das für euch cool? Prinzipiell ist das eine nette Idee, ja. Es ist nur ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Weil in dem Moment, wo du auf der Leiter des Helikopters bist, bist du freiwillig. Und das ist meiner Meinung nach eine etwas unglückliche Designentscheidung. Ich sage jetzt nicht, dass man, sobald man die Leiter erreicht hat, sozusagen im God-Mode ist und nicht mehr abgeknallt werden kann. Aber doch zumindest auf dem letzten Drittel sollte man dann geschützt sein. Weil das, finde ich, ist halt ein bisschen unfair, denn im Endeffekt könnte, ich sage es ganz deutlich im Konjunktiv, könnte man das Spiel immer gewinnen, indem man einfach so lange wartet, bis alle mal irgendwie es versucht haben und dann zu Leiter springt. Natürlich läuft ein Counter, es besteht immer die Gefahr, dass man nicht mehr rechtzeitig auf den Helikopter kommt. Aber im Endeffekt ist es so, dass es, wenn man mit einem Spiel verbunden ist, in dem Spieler spielen, die schon etwas fortgeschritten an diesem Spiel unterwegs sind, dass alle eigentlich bis zum äußersten Ende warten und dann auf einmal die Hektik losbricht. Und das macht das Ganze meiner Meinung nach stellenweise auch ein bisschen uninteressant. Denn wenn der Helikopter in der Region niederkommt, wo, Gott, ein Helikopter gebiert ein Kind. Also wenn der Helikopter da ist, wo relativ viele Häuser sind und man sich relativ gut verschanzen kann, dann ist es halt wirklich so, dass die Leute wirklich bis zum Äußersten warten und dann halt meistens die gewinnen, die erstens in der größeren Anzahl vorhanden sind noch, das ist klar, um mehr Leute, mehr Waffenpower, größerer Vorteil, man kann mehr Druck machen, man kann auch jemanden einfach vorschicken und gucken, ob er es schafft oder nicht oder aber diejenigen gewinnen, die sich am besten verschanzen konnten. Und das, finde ich, macht das Ende stellenweise dann doch ein bisschen Fahrt wieder. Meine Erfahrung nach ist es so, dass derjenige gewinnt, der am meisten Medikits hat. Also bei Solospielen ist das in der Regel so, auch bei Squatspielen oder Ähnliches ist es teilweise so. Der Timer, wann der Hubschrauber startet, suggeriert nur, dass er startet, nur man findet dann irgendwann raus, dass er gar nicht startet, wenn der Timer aus ist, sondern er bleibt einfach stehen, bis der Hubschrauber voll ist oder keiner mehr am Leben ist. Das heißt, dieser Sturm kommt dann, umschließt den Hubschrauber, dann hat es minus 30 Grad und keine Sicht mehr und es ist absolute Todeszone. Nur du kannst es, wenn du sehr, sehr viele Medikits hast, sehr, sehr lange ausheilen. Das heißt, du kannst ungefähr eineinhalb Minuten mit mäßiger Anzahl an Bandages überleben. Dazu ist zu sagen, dass man im Vergleich zu PUBG die Bandages bis zur vollen HP-Zahl immer verwenden kann. Das heißt, du kannst im stillen Eckchen sitzen und rein spammen. Der einzige Nachteil ist, wenn der Counter vorbei ist, dass man auf dem Radar oder auf der Minimap, wie auch immer, Punkte sieht, wo die Gegner sind. Da blieb so alle 10 Sekunden ein roter Punkt auf, damit man sieht, wo wer ist. Nur wenn man die Position dann sofort wechselt, dann findet dann der Gegner aufgrund der schlechten Sicht nicht. Das heißt, solange man das Ganze ausheilen kann und man findet leider wirklich inflationär viele Heildinge in allen Ecken und Enden, dann braucht man tatsächlich nur den längeren Atem haben und wenn alle erfroren sind, klettert man rauf. Ich finde halt, der Helikopter macht das alles extrem statisch. Das ist einfach. Du hast diesen einen Punkt, um den sich dann alle scharen und warten, was passiert. Proaktiv zu sein, bringt ja mal überhaupt nichts eigentlich, weil zu versuchen, der Erste dort zu sein, bedeutet nur, dass du der Erste bist, der da runtergeschossen wird. Und das macht das Ganze sehr statisch und passiv, meiner Meinung nach. Und ich sehe die Designentscheidung nicht, die das leicht löst. Ja, wenn du wirklich der Erste bist, also wenn der Spot auf dir landet, du weißt, dass die anderen gerade reinkommen von weit außen oder 300, 400 Meter weg sind, dann hast du tatsächlich gute Chancen, dass du sofort drauf kommst. Dann muss das wirklich genau der Erste sein. Aber es gibt halt nur sofort oder ganz spät. Und zwischendrin, wie eben der Konrad schon gesagt hat, es macht einfach keinen Sinn. Du wirst immer runtergeschossen, weil jeder diese verdammte Leiter im Blickfeld hat. Ich sehe das so. Also wenn du das alleine spielst, das Spiel, dann sind diese Probleme wirklich alle gegeben. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das irgendwie lösen kann, eben außer Spiele vielleicht auch schon auf dem halben Wege der Leiter zu schützen oder irgendwas in die Richtung. Da ist es dann einfach nur noch Abwarten und Half-Spammer etc. Wenn du als Team spielst und vorausgehört bist, du bist nicht der letzte Überlebende, dann denke ich, kann man eine Schussstrategie entwickeln, wie das als Team gut funktioniert. Dass man Leute dort reinbringt. Vielleicht nicht immer alle vier oder so, aber ich glaube, da hat das Potenzial. Auch da wird man vielleicht am Balancing tweaken müssen, aber prinzipiell finde ich den Ansatz vom Ende spannend. Die Disclaimer dazu, das Ende ist keine originäre Idee von Tencent, sondern die haben das geklaut von einem anderen Battle Royale-Spiel, nämlich diesem Tschernobyl-Überlebens-Ding namens Fear the Wolves. Die haben das zuerst gehabt. Aber es ist immer noch ein Abwägen. Du kannst warten, aber du kriegst halt irgendwann einmal ein Problem dadurch, dass es immer kälter wird. Also es ist nicht so, dass immer der, der am längsten Wartendoch gewinnt, erfrieren auch genug Leute, die zu lange abwarten. Richtig, das hat mir auch. Du hast dann irgendwann minus 30 Grad und da geht dann der Lebensbalkenschutz schnell runter. Und da musst du das mit deinen Herzkitzens weiter wirklich gut timen, wenn du noch in diesen Helikopter kommst, weil auf diesen 10, 15 Sekunden, wie du da raufkletterst auf der Leiter, kannst du dich halt einfach nicht heilen. Das stimmt, aber das ist irgendwie, das ist die Problemstellung, aber ich sehe die Lösung nicht und ich sehe auch nicht, wie du das mit Balancing lösen kannst. Das Problem ist ja tatsächlich, wenn du vorher gehst, wirst du abgeknallt und wenn du zu lange wartest, dann stirbst du. Das führt dazu, dass dieser Helikopter am Schluss nicht immer voll ist, weil zu viele Leute verrecken. Aber ich sehe jetzt die Lösung nicht, die das befriedigend, also wie du befriedigend darauf reagieren kannst. Also das müssen eh Game-Designer entscheiden, die sich wahrscheinlich besser auskennen als ich. Aber eine spontane Idee, die ich hätte, wäre, dass der Helikopter jetzt nicht in der Luft schwebt mit einer Hängeleiter runter, sondern landet mit einer gepanzerten Tür und dass du nicht 10, 15 Sekunden raufklettern musst, sondern es reicht, dass du hinlaufst und keine Ahnung, drei Sekunden lang die Tür aufgeht und du dann drinnen bist. Es beschleunigt es und macht die Überlebenswahrscheinlichkeit viel höher. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Und du hast gleichzeitig noch, gleichzeitig rennt der Propeller aber immer noch und du hast deswegen trotzdem immer noch schlechtere Sichtweise, sodass du nicht einfach Leute so blind abschießen kannst. Vielleicht auch noch mit der Möglichkeit auf beiden Seiten vom Helikopter einzusteigen. Also ich glaube schon, dass es da Tweaks geben kann, die das Ganze aufwerten und spannender machen. Ich glaube nur, dass wenn du das machst, dass du wieder das Problem hast, dass am Anfang alle zu schnell reinkommen. Ja, das wird sich aber dadurch lösen, dass die sich dann erst wieder gegenseitig abschießen. Aber vielleicht ist es für sowas leichter, effektive Strategien zu entwickeln und zu überleben, ohne dass man ständig dieses total hohe Risiko auf der Leite eingeben muss, das so lange besteht, wie noch irgendjemand von einem anderen Team lebt. Aber wenn wir vielleicht jetzt nicht den Hubschrauber totreden, das ist ja nur ein Aspekt, der das Ganze unterscheidet von PUBG. Wie schaut es bei euch aus? Welche Features hättet ihr gerne aus Ring of Elysium in PUBG oder umgekehrt, wenn ihr bei Ring of Elysium bleibt, welche Features sollte sich Ring of Elysium von PUBG abschauen? Was wir schon gesagt haben, ist ja eh das mit dem Inventar, das automatische Equipment von gewissen Attachments, wenn du die Waffe wechselst. Was für mich aber besonders wichtig wäre, wäre die Echtzeitmarkierung in PUBG. Ja, dieser Q-Marker wäre super in PUBG. Weil du kannst quasi in Ring of Elysium zur Erklärung, du schaust irgendwo hin und du siehst einen Gegner und du schreibst, da ist ein Gegner und du drückst auf Q und für ein paar Sekunden ist dort ein virtueller Marker eingeblendet für all deine Teamkameraden. Und das ist bei PUBG oft ein Problem, dass die Verortung, wo jetzt einer ist, extrem schwer zu erklären ist. Das hätte ich ganz gern, muss ich sagen. Es ist vielleicht für PUBG vom Spieldesign her, dieses Suchen der Gegner, das macht schon auch Sinn, aber es ist nicht so wahnsinnig, es ist sehr frustrierend eigentlich und macht nicht wirklich viel Spaß. Ja, das ist auch ein Punkt, der bei PUBG ganz oft für Streitereien im Team sorgt, weil man einfach nicht so richtig weiß, was der eine mit rotes Haus meint, wenn in deinem eigenen Blickfeld acht rote Häuser sind. Erstmal übertrieben formuliert. Was mir allerdings bei Ring of Elysium fehlt, ist, dass man während des Laufens man sich nicht mit Alt umgucken kann, unabhängig von der Laufrichtung. Gute Idee, ja. Also das ist was, was mir absolut abgeht, was PUBG perfekt macht. Ja, man kann in PUBG sicher den kürzesten Weg in den Kreis laufen und sich trotzdem noch in alle Richtungen absichern, dass man nicht irgendwie irgendjemandem über den Weg laufen könnte dabei. Das ist so ein bisschen die Funktion, das muss es überall geben. Es darf keine Shooter mehr geben, die das nicht haben, meiner Meinung nach. Dazu muss man eigentlich sagen, man kann ja eben Ring of Elysium wie auch PUBG im Third-Person und im First-Person-Modus spielen. Wir haben es, glaube ich, nur im First-Person gemeinsam gespielt, weil im Third-Person geht das mit dem Umschauen, warum es im First-Person nicht drin ist. Ich habe keine Ahnung, es wäre, ich würde es auch sehr gerne dort sehen. Und die Fahrphysik von PUBG könnte es sich auch abschauen, weil die Fahrphysik in Ring of Elysium ist wie, keine Ahnung, Mario Kart. Ja, wobei, die Autos beschleunigen gut, aber sie steuern sich wirklich wie Mario Kart. Du kannst mit deinem Auto irgendwie, wir haben es ausprobiert mit dem Sigi, weil wir sehr wissenschaftlich vorgehen bekanntlich und sind mit einem Monster Truck irgendwie 30 Meter über die Klippe gestürzt. Das Auto hat Minimalschaden genommen in Form von einem Pixel weniger in seiner Zustandsleiste. Wir haben ein bisschen Leben verloren, aber wenn du mit Jogging-Geschwindigkeit in einem Baum fahrst, bist du halb tot. Und es ist unmöglich, diese Autos, oder fast unmöglich, ich habe es einmal geschafft, das Einzige hier, möchte ich dringend betonen, aber fast unmöglich, diese Autos irgendwie zu flippen. Sie richten sich immer irgendwie wieder auf wie in einem Arcade Racer. Ja, allgemein, das Schadensmodell hat so seine Tücken. Also ich glaube, Sigi hat mal ein Auto explodieren lassen und daneben standen irgendwie zwei Typen vom gegnerischen Team und die haben gar nichts abbekommen. Fahrphysik, finde ich, kann weder PUBG noch Ring of Illusion in irgendeiner Art und Weise behaupten, dass das funktioniert. Also ich verstehe bis heute noch nicht, was bei PUBG in der Entwicklung so massiv seit zwei Jahren schiefläuft, dass sie es nicht hinbekommen, dass Autos sich normal verhalten. Ring of Illusion ist da nicht ganz so schlimm, aber es ist halt auch nicht wirklich großartig viel besser. Ich finde PUBG besser. Ja? Ja, doch. Also PUBG ist nicht perfekt, keineswegs. Da gibt es genug zum Schrauben dran, aber die Autos, ich verstehe, was sie tun und ich verstehe, sie verhalten sich nachvollziehbar und einigermaßen realistisch. Also das ist ja bei Ring of Illusion, du fährst diese Scheißklippe rauf, wenn du willst. Das ist komplett wurscht. Wobei bei PUBG natürlich ein paar Bugs dabei sind, wenn du über irgendeinen so einen Randstein fährst oder über eine kleine Bodenwelle und das Auto schießt auf einmal 90 Grad, 30 Meter in die Luft. Wenn sowas gefixt wäre, dann bin ich auch deiner Meinung. Aber über das reden wir nicht. Bei Ring of Illusion ist es halt so, du kannst tatsächlich mit dem Monster Truck eine Hauswand entlangfahren und aufs Dach vom Haus fahren, wenn du möchtest. So drastisch ist das nicht, aber die Autos kleben wirklich in absurden Winkeln noch an der Landschaft. Du kannst durch Leute durchfahren, also ich versuche jemanden zu überfahren, du fährst einfach durch und dem tut das nichts. Dann fährst du vor und zurück in ihm drinnen und das steckt in deiner Motorhaube und er lacht dich aus und schießt dir dann den Kopf. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Das kann einfach nicht sein. Wobei wir hatten das ja vor kurzem mit PUBG auch und da komme ich vielleicht zu einem Feature, dass ich PUBG wirklich abschauen soll von Ring of Illusion und das nennt sich Netcode. Nämlich ein Netcode, der funktioniert, wo meistens das passiert, was man sieht und wo man nicht in der Deathcam erst feststellt, dass der Gegner, dem man glaubt, gerade ein ganzes Magazin mit seinem SMG reingepumpt zu haben, genau null Mal getroffen wird. also wo wirklich nachvollziehbar ist, dass das, was du siehst, auch das ist, was der Server sieht dann. Hat noch mehr Features, weil sonst hätte ich noch ein anderes Thema. Ja, bitte, bitte. Ich finde nämlich, die ganz grundsätzliche Existenzberechtigung von Ring of Illusion steht massiv auf dem Spiel. Wir haben es vorher schon angesprochen, bei PUBG auf den Test-Servern wird momentan wie Candy ausgerollt. Das ist eine neue Map mit einem europäischen Setting mit Schnee und für mich stellt sich dann schon noch die Frage, wofür ich Ring of Illusion demnächst brauchen werde. Auch die Map wird angeblich ähnlich groß sein. Etwas kleiner als Erangel, etwas größer als Sunhawk, so in die Richtung. Also wir sollten für uns relativ klar sehen, dass wir Ring of Illusion gar nicht brauchen. Also es ist mal nett, was anderes gespielt zu haben, aber unterm Strich ist es Ring of Illusion für die Leute interessant, die kein Geld für Spiele ausgeben wollen oder es nicht können. Wir sind wir außen vor. Wir sind ja, wir sind quasi Spiele-Gourmets. Wir spielen nur das, auf das wir Bock haben, was auch damit zusammenhängt, dass wir ein relativ beschränktes Kontingent an Freizeit zur Verfügung haben. unterbrechen. PUBG ist die Currywurst der Spielegeschichte. Das ist nicht Gourmet. Das Ding kostet, was kostet das jetzt? 20 Euro, 30 Euro? Ja, aber es kostet Geld. Ich kann das zum Kostenargument jetzt auch nichts abgewinnen, muss ich sagen, weil PUBG hat genauso Mikrotransaktionen und ich meine, Ring of Illusion verkauft die Skins und so Scheiß, der halt spielerisch nicht relevant ist. PUBG verkauft ja auch irgendwie um 5 Dollar oder Euro irgendwie hässliche Skins. vom Thema weg. Also das Argument vom Ernie war ein anderes. Ja, also es ist mir doch scheißegal, ob das, nein, 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 es ist doch egal, ob das Spiel Mikrotransaktionen hat oder nicht. Fakt ist, du musst für PUBG, wenn es nicht im Sale ist, 30 Euro hinliegen. Punkt. Und das macht's inwiefern besser? Nein, es macht's nicht besser, es hat eine andere Zielgruppe. Es hat allein schon durch das realistischere Waffenhandling, hat es einen komplett anderen Approach als ein Ring of Illusion. Ein Ring of Illusion ist schnelle Kost für zwischendurch. Ein PUBG ist was, wo man sich reinarbeiten muss, um es zu verstehen. Es ist mittlerweile schon einstiegsfreundlicher, einsteigerfreundlicher geworden. Aber ein Ring of Illusion wirft ja quasi plakativ vor, welche Waffe, welche Munition braucht und so weiter. Das ist ja alles komplett gestreamlined. Das Inventar verwaltet sich quasi fast schon automatisch. PUBG hat das alles nicht, weil PUBG sich ja auch mit einer ganz anderen Zielgruppe beschäftigt, beziehungsweise eine ganz andere Zielgruppe im Blick hat. Ja, und wir tendieren meiner Meinung nach eher zu der PUBG-Zielgruppe als zu der Zielgruppe von Ring of Illusion. Und das wird halt auch noch dadurch manifestiert, dass Ring of Illusion Free-to-Play ist. Weil Free-to-Play immer bedeutet gar keine Einstiegshürde mehr. Und das hast du bei PUBG. Bei PUBG musst du Geld erstmal in die Hand nehmen. Dass du bei PUBG auch einen Microtransaction-Store hast, weil das einfach für die PUBG-Corp natürlich dumm wäre, darauf zu verzichten, weil sie damit nochmal Geld machen können. Komplett klar. Aber auch komplett klar ist, dass du bei PUBG schneller an neue Items kommst als bei Ring of Illusion. Bei Ring of Illusion ist das ein durchaus langsamerer Prozess. Deswegen ist die Frage, ob Ring of Illusion für uns überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, ganz klar mit Nein zu beantworten. Weil wir nicht zu der Target-Group gehören, sondern wir haben das ausgewählt oder beziehungsweise du hast es uns vorgeschlagen, weil es Battle Royale ist, weil es vom selben Studio kommt oder vom selben Publisher kommt wie PUBG und weil es noch nicht so lange auf dem Markt ist in Europa und weil es ein paar andere Ideen hat. Aber an und für sich das, was wir bei Battle Royale geil finden, das finden wir in PUBG besser, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, dem Kostenargument kann ich gar nichts abgewinnen, weil ab einer gewissen kritischen Masse kann jedes Spiel de facto auch als Free-to-Play funktionieren. es ist ein Counter-Strike GO, dass das neuerdings so ist, das ist auch Free-to-Play und es hat einen Battle Royale Modus. Wo ich dir aber recht gebe, ist natürlich, dass das Ring of Illusion viel zugänglicher und Mainstream gehalten ist. Das stimmt schon. Das hat wirklich im Spielerischen her, auch wenn es jetzt dann vielleicht in beiden Spielen eine Schneemap gibt, das ist nicht wirklich die gleiche Zielgruppe. Da wird es nicht große Überschneidungen geben. Ob das jetzt heißt, dass das eine für zwischendurch ist oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt auch Leute, die tieren sich in Fortnite sehr stark rein. Das würde ich so plakativ nicht sagen. Aber vom Anspruch her, da gebe ich dir recht, PUBG ist eine semi-realistische Spielerfahrung, also ein Spiel, das sich prinzipiell bemüht, halbwegs realistische Elemente drin zu haben, wie Schussverhalten zum Beispiel. Und Ring of Illusion ist eigentlich mehr James Bond. Und das hat seine Berechtigung. Ich mag es, in dem Sinn, ich mag auch hin und wieder Spiele, die einfach zugänglicher sind, was auch dann liegt, dass ich mir mit realistischeren Schuhen generell schwer tue. Ich werde hauptsächlich, was auch dann liegt, jedes Spiels natürlich, mehr PUBG spielen, aber ich werde sicherlich auch gelegentlich mal wieder bei Ring of Illusion reinschauen, was sich das tut und mal schauen, wie sich das noch verändert. Wie gesagt, hat er noch einiges Potenzial nach oben. Gut. Sigi, hast du auch noch ein Fazit? Ja, also ich sehe Ring of Illusion potenziell als Ideengeber für PUBG. Es ist ja so, dass die PUBG Corporation mittlerweile ein Bug-Tracking-System eingerichtet hat, wo man Spielefehler tatsächlich melden kann. In ein Ticketsystem, man kriegt dann Antwort vom Supporter, die selbst schon ein paar Mal jetzt gemacht, mit positiver Antwort, wo tatsächlich dann Dinge gefixt wurden, in zwei Monaten Abstand dann. Aber man kann ja tatsächlich die Dinge, die man gut findet oder die man gerne hätte, anbringen und dort Ideen sammeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Entwickler selbst über den Tellerrand schauen und sich auch aus anderen Spielen Dinge ausleihen. Also ganz mit der Brennsuppe sind sie natürlich auch nicht dahergeschwommen. Aber rein vom Spielerischen her, wie der Kahn hat schon gesagt, was ich an Battle Royale gut finde, macht Ring of Illusion einfach nichts. Und die paar Komfort-Features, die wären zwar geil, wenn die PUBG auch hätte, aber ich kann gut und gerne darauf verzichten, wenn die nicht reinkommen. Für mich ist PUBG eigentlich sogar noch ein bisschen zu arcadey. Also da würden ein paar Hinderungsmechanismen, zum Beispiel das Stamina beim Laufen oder Ähnliches oder beim Springen interessant sein, dass man das Ganze Das ganz dringend Escape from Tarkov spielen. Dass man das Ganze vielleicht noch etwas langsamer macht. Und auf der anderen Seite eben Ring of Illusion, das ist mir dann viel zu krass und viel zu arcadey. Nicht falsch verstehen, ich spiele gerne Arcade-Shooter oder schnelle Shooter. Quack 3 Arena zum Beispiel, lange gespielt oder Unreal Tournament 99. Aber das ist ein anderes Spiel, das versucht nicht irgendwie mit einem realistischen Szenario zu locken und ist dann totaler Arcade-Brei, der seltsam funktioniert und keine vernünftig durchdachte Mechanik hat. Du weißt, was du kriegst und Ring of Illusion ist eben da nicht Fleisch und nicht Fisch, das ist irgendein Mutant, der dazwischen herumgauntelt und dahin vegetiert. Also ob das noch irgendwie was brauchbares wird und ob es es jetzt gegen Fortnite für die ganz arcadeige Zielgruppe oder eben PUBG für die eher realistischere behaupten kann, das werden wir sehen, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist so das Spiel für die Fortnite-Spieler, die 16 werden, so in der Richtung. Es ist wirklich vom Gameplay her, finde ich es uninteressant, Ende nie und ich werde wirklich nur noch reinschauen, umzuschauen, ob sich irgendwas tut an diesen Dingen, die wir kritisieren, ob das vielleicht in der Hinsicht besser wird, weil als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, interessant, das will ich jetzt mir mal anschauen, aber es hat einfach auch relativ schnell wieder abgeturnt und sofern es da keine gravierenden Änderungen gibt, bin ich ganz auf Konrad Seite und sage, für uns ist das eigentlich nichts oder für mich spreche ich jetzt einfach mal. Gut, damit hätten wir es, glaube ich, oder? Ich finde schon, ja. Georg ist deprimiert, weil er künftig alleine spielen muss, das heißt, wir sind schon wieder zerstritten, aber zumindest haben wir jetzt ein Dreierteam. Aber es gibt ja doch genug andere Spiele, über die wir ranten können. Ja, was kommt der nächste Woche? Ja, mir fällt übrigens auch ein, als kleinen Themenvorschlag, Command & Conquer, es ist auch ein Smartphone-Spiel. Oh ja, großartig, das schauen wir uns an. Ich habe es schon getestet, ich bin live dabei, zu schimpfen über ihr Hobby. Ich habe ironischerweise Bock drauf. Ich habe es runtergeladen, noch nicht gespielt. Nächste Woche kommen Conquer Rivals. Okay, schauen wir mal, wer von uns dann da dabei ist. Bis dahin könnt ihr uns natürlich abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf iTunes oder Apple Podcasts, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer es Podcasts gibt. Wir sind dort dabei. Ja, empfehlt uns auch weiter, wenn es euch gefallen hat und sagt uns eure Meinung auf Rebell.at. Ich sage mal, bis nächste Woche und tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.